hallo und herzlich willkommen heute zeige ich euch mal wie mein bagger daumen installiert ich muss daheim mehrere wurzeln ausgraben habe auch einen greifer den kann ich euch auch mal zeigen aber jedes mal den umzubauen ist mir einfach zu viel deswegen habe ich mir so einen bagger daumen gekauft ich habe von einem freund in amerika mehrere videos gesehen wie er damit wurzeln ausgraben und jetzt werde ich das teil mal dran schweißen also viel spaß im video bis später so 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 wir sind jetzt fertig vom schweißen ich zeige es euch mal kurz nicht schön aber selten muss ja nur seinen zweck erfüllen ist eigentlich ganz cool gemacht weil da sind so splinten drin kann man einfach rausziehen dann kann man es verstellen dann so nichts geschraubt oder sonst was ist eigentlich ganz cool gemacht so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020